Moin moin und hallo. Heute haben wir uns einen Weihnachtsbaum besorgt. Schönes Teil. Aber jetzt müssen wir noch ein paar Vorbereitungen treffen. Erstens, ich hatte ihn vor ein paar Tagen geholt. Dann habe ich ihn in Wasser gestellt. Einfach in eine Bütte. Und jetzt schauen wir uns noch den Stumpf unten an. Der ist viel zu ausgefranst. Deshalb nehmen wir eine Säge und sägen den hier ab. Schön gerade muss es sein. Auf geht's! Säge, Leute! So, das wäre geschafft. Jetzt seht ihr, haben wir eine schöne Kante. Jetzt sehen wir aber hier noch so ein paar verwelkte Blätterchen. Die sollten wir auch entfernen. So, die habe ich jetzt auch entfernen. Jetzt haben wir ungefähr 25 cm Platz unten. Das sollte für unseren Ständer reichen. Schleppen wir hoch das geile Ding. So, wir haben unseren Weihnachtsständer vorbereitet. Der ist jetzt offen. Unser Stamm ist dort. Die Höhe stimmt. Jetzt ballern wir den da rein. So, jetzt nehmen wir uns den Baum. Jetzt kommt der da in die Mitte. Unten ist ein Dorn. So. Okay. Und dann pumpen wir. So. Bis er fest drin steht. Und so. Und das war es schon. Und schon steht er gerade. Nein, der steht nicht gerade. Der hat den totalen Rätsel. Der steht nicht gerade. Der steht fast gerade. Und wir müssen den nur noch ausrichten. Einfach ein bisschen drehen und wieder festziehen. So, jetzt stellt ihr den da hin, wo ihr wollt. Geht nochmal zurück zu den Ständen. Holt euch was Wasser. Und kippt das da rein. Denn der Baum lebt weiter und wird mit Wasser ein bisschen länger die Nadeln halten. So. Alles schön. Jetzt kann es zum Schmücken kommen. Ich danke fürs Zuschauen und wünsche eine angenehme Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. So und Sohn. Und schön.